Da sind wir wieder mit Monokel Jochen und Anno1800. Weiter geht's. Schauen wir, ob wir machen. Jetzt wissen wir ungefähr, wie es geht. So halbwegs. So, wollen wir mal schauen. So sieht das aus. Mal so gucken, wir haben Holz, wir haben das, alle sind glücklich. Nun, dürfen Sie eine Schiffswerfbesitzung, eigene Schiffe bauen, benutzen, den Handel zu treiben, zu kämpfen und die Welt zu erkunden. Joa, das ist doch mal eine Maßnahme, ne? Ich möchte aber gar keinen Krieg in diesem Spiel. Ja, ich möchte jetzt aber nicht. So, äh, Dings. Leere Plätze auffüllen mit Blümels. Oder noch ein paar Häuser bauen oder wie auch immer. Kriege ich da oben eigentlich Häuser dazwischen? Joa, geil. Volle Banane. Jetzt sind die nicht mehr so glücklich. Warum? Warum seid ihr nicht glücklich? Was ist hier los? Wir machen jetzt erstmal Minus. Geht noch nicht. Wir haben... Wir brauchen Handwerker irgendwo her. Ähm, dafür brauchen wir wahrscheinlich Stahlträger oder irgendeinen Schnulli oder Schuhen. Ach, das dauert aber alles noch. Ach, da ist nicht genug Ressourcen mehr. Dann reißen wir den Scheißer ab. Zack. Weg. Ruhe im Pudding. So. Ich guck mal, wenn ich jetzt eine hinbaue, wie das aussieht. Ah, da vorne ist ja eine... Es wird nichts... 60% brauchen wir nicht mit anfangen. Ah, wir können zum Beispiel, äh... Na, wo ist es? Wollen wir ein bisschen Getreide anpflanzen? Wollen wir ein bisschen Getreide anpflanzen? Mäh. Mäh. Mäh, woanders. So. Segeltuchfabrik. Ah, ja. Die Brauchwolle ist richtig. Hier ist auch ein Warenhaus. Da ist auch allerhand schon drin, aber ich habe ja überall jetzt Fahrten, wo es ja hier ist. Da ist eins und da ist eins und... Okay, das ist eine Wehberei. Aber hier ist auch noch eins. Zementfabkommen geht auch noch nicht. Wir brauchen Ingenieure und all so'n Schnulli. Ah, das sieht interessant aus. Das ist die Eisenmine. Ah, was können wir denn verkaufen? Wir haben Holz, wir haben Bretter, wir haben Kartoffeln. Wir können ein paar Kartoffeln verschoppen. Gucken, wie weit wir überhaupt kommen hier in dem Spiel, ne? Ihr wisst ja, Zeit ist Geld, beides ist immer knapp. Straßen, ne, normale. Baut ein Bortum, ja. Sowas habe ich noch nicht, aber es kommt ja noch, ne? Wir steigen ja mal weiter auf. Es gibt immer mehr Schnulli. Bier wird doch auch produziert hier irgendwo, ne? Hatte ich nicht eine Brauerei. Das ist der Bäcker. Feuerwache. Alles easy. Irgendwo hatte ich... Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Hab die Manni so. Man kann zum Beispiel ganze Insel nur für Produktion machen, habe ich gehört. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich kenne mich hier in Anno nicht so aus, ja. Muss ich ja mal zugeben. Spielstand gespeichert. Kostet alles, ja, das kostet alles Leben, Leute. Depot hat die Lagerkapazität auf den Inseln. Okay. Ah, das kann ich hier, äh... Einfach so. Cool. Geschützturm. Peng, 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 peng. Ein Hafenmeister, was kostet der denn? Zehn hab ich. Ah, kannst du auch Items reinmachen. Irgendwelche, so. Jetzt haben wir einen Hafenmeister, aber wir haben ja noch nicht, äh, das, was wir eigentlich suchen. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Neueste Zeitung. Monokelochen ist in der Miesen. Oh Gott, ob wir das... Lektorieren? Was kann ich da denn? Nur so. Geht alles nicht? Okay. Ach komm, veröffentlich den Scheiß. Auch wenn... in der Hande zu legen, ist beeindruckend. Ja. Ich war schon immer beeindruckend. Aufgabe verfügbar. Wer ist mit einer Hand weg die andere? Ich weiß das zu schätzen. Schätze. 12 Ziegelsteine, ja. Äh. Boot. Komm mal hier, Dingshafen. Ah, ja. Kriegen wir hin. So. Hier wächst es und gedeiht es. Bauernarbeitskraft. Arbeiterarbeitskraft beschäftigt. Minus 400. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Minus 400 beschäftige. Es hört sich nicht gesund an. Äh. Was können wir denn noch bauen? Wir können so viel bauen, aber irgendwie auch nicht. Und... Aha. Gar nicht so einfach, Freunde. Ja, Mühlen habe ich... Äh. Wie viele habe ich denn? Zwei oder so, ne? Eine? Eine Mühle. Nur... Das ist ein bisschen wenig, ne? Weil wir wachsen ja stetig. Hier ist alles rot. Auch geil. So. Und noch ne Mühle dahin. Wir müssen auch eigentlich... Mehl haben wir gar nicht so viel und Brot. Hätte ich gedacht, das ist Mehl. Ah, na gut. Wir haben ja auch Bevölkerung, ne? Die müssen ja auch alle irgendwo essen. Sehe ich ja irgendwo ein. So. Was ist hier los? Sehr... So wenig beschäftigt. Warum? Äh. Äh. Farahau. Äh. Äh. Ah, da können die nächsten Fall ablehnen. Ähm, nee, Quatsch. Äh, und ich baue mal... Noch ein Lagerhaus, hatten wir lange nicht. Zack, da ist es. Auf jeden Fall haben wir die Holzprobleme halbwegs in den Griff bekommen. Inzwischen, dass das hier so halbwegs geht. 71 Bretter am Start ist jetzt nicht so wenig. Äh, ja. Transfermenü. Ich brauche... Ah, 20 Ziegel. So. Fahr da mal hin. So sieht das bei den anderen aus. Eigentlich viel, viel kleiner. Bei uns, wir sind schon so riesig. Entweder kommen die nicht hinterher, oder es ist wegen leichter NPCs. Sich auf einer anderen Insel niederzulassen zu dürfen. Würde gerne dieses Island bahn... Ja, welches denn? Äh... Ja. Welche Insel möchtest du denn? Sie mag hübsch aussehen, aber sie zielt unter die Gürfel. Kriegst du jetzt auf... Äh, die kriecht jetzt auf meiner Insel rum, ne? Ne. Zeigt er mir irgendwo nicht schon. Ne, mal gucken. Sie fährt noch. Aber mir ist ja gar nicht so viel Platz. Ah, sie fährt in die Richtung, ja. Irgendwo hinten. Ja, ich fährt noch nicht so viel Platz. 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 Ach, mein kleiner Glückssprenger. Ja, ha. Jetzt habe ich wenigstens einige glücklich gemacht von den Verbündeten. Instabilität, unordentlich, Feierlichkeit, Null, Natur... Naja. Mein Sand ist hier so, wie er ist, wenn die dann nicht passt, gehen wir an den hin. So, äh... Ja, wir haben einen Fischereihafen. Ja, wir haben hier Doppelfischen. Wir haben übelst viele Bretter. Leben ist noch ein bisschen... Naja. Könnt mehr sein. So. Appellaufgabe. Holen sie Treibgut. Naja. Ist nicht scheiße. Hinder. Achso, erst mal gucken. Was haben wir im Schiff? Ne, geht nicht. Er ist nach Hause. Ach, du stehst bei mir vor der Tür. Ja, ich muss erst mal meinen Scheiß abliefern, Digga. So, wir haben Holz ohne Ende. Das heißt, wir könnten eigentlich ein bisschen Holz verschoppen. So. Ach, da müsste ich doch plus ohne Ende machen. Oder nicht? Kaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Das halten wir jetzt mal auf verkaufen. Dann müssen wir jetzt Kohle machen. So, das ist ausgewogener Handel. Wenn es alle ist, kaufen wir eine. Ja, das verstehe ich. Äh, irgendwie kommen wir auch mit dem Schnaps gerade nicht hinterher, merke ich. Oh. Was fehlt dir denn? Ha, Mehl. Hä? Kein Lagerhaus in Reichweite. Ach, wer hätte es gedacht. Ja, komm. Äh. Ich baue mal eins. Sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, oder? Vielleicht stelle ich mich auch total doof an. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ihr hättet wahrscheinlich alles anders gemacht. Ich kenne euch nämlich. Ich kenne euch nämlich. Er hat nicht genug Getreide. Hier muss doch, das muss doch hier vorwärts gehen mit dem Getreide, Alter. Ah, wo haben wir die denn hier irgendwo, ne? Ringelingeling. Oh, Bier. Mhm. Brauche ich Hopfen. Da habe ich keine Fruchtbarkeit für. Ich habe keine Fruchtbarkeit für. Alles klar. Seife oder Schweine? Schweine habe ich. Weil ich Seife mache. Achso, mein Schiff ist bestimmt schon da. Äh, Transfer. Kannst du das mal hier? Danke. Okay, so. Äh, ja, Fische, die müssen ja auch was essen. So. Du. Da hin. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Nee, das geht so nicht. Waren wir bis zum festgelegten gekauft und verkauft? Waren wir bis zum festgelegten Limit? Ja. Aber irgendwie kauft hier keiner was. Oder muss ich das hochsetzen? Vielleicht so? Oder verkauft trotzdem nichts. Okay. Hafen ausbauen. Aha. Okay. Das ist ja interessant. Inselbevölkerung ist noch nicht ganz so glücklich. Kein Lagerhaus. Was? Mein Feuer ist ausgebrochen. Wo brennt es denn? Wo brennt es denn? Ja, wo denn? Ach, da. Ja, Jungs. Gas geben. Ich brauch noch ein Lagerhaus. Kann ich hier mal weg? Danke. Nee, Marktplatz. Nicht ein Lagerhaus. So. Ja, äh, hallo. Feuer. Feuer. Bär. Jungs. Hallo. Ihr müsstet hier mal. Hier. Dings. Hier. Überlassen Sie es nicht in Flammen. Das brennt hier. Okay. Wenn das so nicht klappt, baue ich noch eine Feuerwache. Nicht zuständig da unten, ne? Nö. Ah, okay. Alles klar. Hat nur jeder seinen Bereich, wo er Lust hat. Typisch Feuerwehr. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt nicht alle angesprochen und rasten aus. So, wir können ja auch ein bisschen aufsbauen können. Wir haben ja Schotter ohne Ende. Ja, wo ist denn hier die Feuerwehr, Mann? Oh, meine Brenner sind weg. Ah, brennt hier wie Sau, ne? Oh, das brennt jetzt da erstmal. Ja, jetzt haben wir eins, zwei, so viele Feuerwache. Keiner bewegt seinen Arsch. Feuerwehr in Aktion, Junge. Das schaffen die nie. Na ja, mal schauen. Wird schon werden, wa? Ähm. Schiff. Wo ist mein Schiff? Nee. Irgendwo waren wir doch Treibgut suchen. Nee, äh. Ich würd gern wissen, wo mein Schiff ist. Ah, da. Guck mal. Kann nicht auf... Ist das so schwer? Alter, leck mich doch am Sack. Ah, wir haben an Attraktivität verloren. Das ist ja ne Sauerei. Zerstörtes Gebäude. Toll. Ja, ein volles Lager. Ja. Ja. Ja, äh... Oh, das geht wieder nicht, oder was? Oh... Ähm... Nee, nee, Quest. Ah, klappt halt nicht alles, wie es soll, ne? Ah, jetzt sind wir nur noch in der gewöhnlichen Hafenstadt. Wir haben an Attraktivität verloren. Nein, ich möchte keine Anteile verkaufen. Ähm, ja. Es kann nur besser werden. Eine Segelschusswerft. Gebäude wurden zum Rauf der Flammen. Ja, das, äh... Passiert. Undankt ist der Weltenlohn. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Aha, wenn du verbrennte Gebäude hast, ist die Stadt nicht mehr attraktiv. Okay, verstehe ich. Alter. Hier hat's auch gebrannt, wa? Ah, volle Möhre. Ach, die haben keinen Zugang zur Straße, natürlich. Oh, blöd bin ich. Abrissparty. Die brauchen doch immer wieder Straßen. Ich vergesse das. Da kommen da Bäume zwischen. Die machen das Bild viel schöner. So, wir sind gleich pleite. Irgendwie muss ich Geld verdienen. So. Wir bauen ein Schiff. Du, irgendwo musst du hier Scheiß einsammeln. Ähm, ja. Ach, wir haben ja... Ach, guck mal. Okay, das ist für Schiffe wahren. So. Wir haben so viel Schund. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle gekriegt, aber wir müssen auch langsam mal ans Plus kommen. Wir machen... Ich kaufe jetzt nichts und verkaufe eigentlich recht viel, aber trotzdem Minus. Kann man da nicht irgendwas noch machen? So. Das sind die ganzen Vorkommungen. Diplomatie. Ach, guck mal. So. 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 Sie halten sich nicht zurück. Ein Berg kann sich nicht drehen. Ein Gedicht des alten Wohlstands. Du wirst dir schon bald einen Namen machen. Je Wohlhabender, der Händler. Ich würde gerne einen literarischen Salon ins Leben rufen. Ja, ja, ja. So, das heißt, ich kann jetzt mit der alten hier... Du hast das Potenzial, und ich weiß es zu nutzen. Wer ist denn die China-Nudel? Sie. Wo war die Hafen hier? Das ist doch nicht der Hafen. Hä? Ah, ne, die hat ja zwei Inseln. Ich bin doof. Angebote. Nee, äh... Seife. Seifewurstbier, toll. So viel Wurst kann ich gar nicht produzieren, wie die haben will. Äh, ja. Ach doch, ich hab Wurst. Schöf. Hi. Äh, kann ja mehr Wurst produzieren. Wenn die alte für Wurst bezahlt, kriegt die alte Wurst. Oder wie seht ihr das? Ist das richtig? Ich hoffe. Äh, zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. So. So. Was ist der jetzt eigentlich, ne? Oh, versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Saufen die schon wieder alle? Unmöglich, das Volk. Arbeiten und nur abends auf dem So. Ja, äh, Dings. Äh. Wurst. So, äh, wo ist er? Da. Fünfzig. Ne, der ist ein bisschen viel, ne? Hat's wieder erplanen. Über Bord werfen. Nein. Nimm das wieder mit. Über Bord werfen. Seid ihr denn des Teufels? Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. So, was können wir noch machen? Weltkarte, Diplomatie, Routen. Handelsroute, ja. Richtig handeln würde ich gerne. Aber irgendwie ist das ja nicht möglich. Willi, du musst mit mir nicht sprechen, ne? Das ist alles. So. Monokel, ja, das hab ich bestanden. Ja, ich, hallo? Ja, da hab ich ja handelt. Du, können vier nicht? Ey, Digga, das kannst du dir alles klemmen. Das ist ein bisschen teuer. Musst du hier mit allem Freunden sein, damit du mit denen handeln kannst. Spinner. Ähm. Ah, hat gespeichert. Der hat mich gewundert, warum der so leckt. So. Ah, Zufriedenheit der Arbeit in einem Bauern ist, naja. Ist auch so, naja. Kann man nicht irgendwo, na? Es fehlt das gewisse Etwas, ja. Ich kann aber nicht das gewisse Etwas bauen, weil... Habe ich schon Polizei? Hab ich Polizei! Guck, so hab ich Polizei. Ich kann jetzt auch Seife. So, wir können auch Schiffe bauen, aber... Ja, das ist ja bloß zum Handeln. Kanonproduktion, ja, ich hab aber... Hier, Eisenmine hab ich, aber ich hab keine Kohle, weil Kohle geht nicht. Aus Gründen. Da brauch ich 250 Handwerker, die muss ich erstmal kriegen. Dafür brauch ich Schulen, dafür brauch ich so viele Arbeiter. Ach Gott, das ist alles gar nicht so einfach. Leute, 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 Leute. Zombie und Entland. Irgendwas muss ja hier passieren. Irgendwas handeln wir. Ne? Hier seht ihr ja, es passiert was. Und auch gerade gar nicht so viel. Doch, wir haben viel, das da. Ne, Wurst bleibt erstmal... Äh... Gar nicht auf dem Dings. Gar nicht. Äh... Gar nicht. Äh... Ja, das ist richtig. Das, äh... Ist auch okay. verfügbar, reserviert, Bretter, ja. Verkaufspreis 4, ja. Denn verkauf auch mal was. Handelsverlauf, ja, ja. Kein Handel betrieben, ja. Weil ich kein... Äh, ja. Neue Befehle? Ach, Handelsrout-Menü. Ach, guck. Wo ist Brot-Bier-Seife? Diese Route führt nur zu Einhänden, da wird nichts passieren. Ne, äh... Keine Handelsstrecke, keine... Ja, aber hier habe ich doch Handelsrechte. Da müsste ich doch... Zack. Und zack. So. Gibt es ein großes Problem? Diese Route wird nichts transportiert. Oh, schön. Geil. Ja, ich habe nämlich nicht das, was die, äh... Bis jetzt haben will. Das ist natürlich nie so toll. Ja, aber ich will auch nicht den anderen in den Arsch kriechen müssen. Mach ich denn da? Wo kriege ich jetzt die Kohle her? Weil ich bin gleich pleite. Äh, ja. Ich könnte nochmal zur Lust und Laune noch einen Marktplatz bauen, hier und da. Einfluss, ja. Handel, Propaganda, Kultur. Propaganda. Ja, können wir die nicht alle mal... Oh, neue Gebäude wurde freigeschaltet. Geht hier denn ab? Geht hier denn ab? Ne Schule! Vielleicht hilft das ja. Und idyllische Parkornamente. Schön. Ja, das sind wir wieder. So. Wir gehen pleite und wissen nicht wie und was wir hier machen. Irgendwie... Irgendwie... Schon doof, wenn man keine Ahnung vom Spiel hat, ne? Äh, äh. Was kann man denn noch? Ja, ne, 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 ne. Okay, hier können wir eh nix machen. Attraktivität erhöhen. Hm. Kann ich eh nicht bauen, wo ich Stahl kaufen. Äh. Ja. Also bei ihr habe ich einen guten Ruf, aber die hat keinen Scheiß, den ich... den ich brauche. Die will Wurst haben. Wie sauer. 50 Wurst, wo soll ich die herkriegen? Kann ich sie nicht mal was anderes einfallen lassen? Seife, haben wir schon Seife? Seife, Seife, Seife. Ja, ein... ein Stück Seife, Alter. Ist denn da los? Oh, geht's hier langsam ins Plus? Das wäre aber Wahnsinn. Ich baue ja auch gerade nix. Vielleicht hilft das ja mal. Ne, Plus. Nicht Binus. Was soll das? Auf jeden Fall sehe ich hier, dass dann dauernd was... eingeräumt und ausgeräumt wird, aber irgendwie verkaufen wir nix, weil wir irgendwie keinen Handel haben. Ah, Handelsverlauf, genau. Wir haben keinen Handel, weil... Dings. Ja, Lager ist voll. Ich brauche einen, der Holz haben will. Ey, wollen ja alle nicht mit mir sprechen. 18 Segel und 12... Ne, kann ich nicht. Wie soll ich das denn machen? Ich hab nicht so viel Schnappkes. Gar keinen. Wieso hab ich eigentlich keinen Schnaps? Hab ich nicht ne Brennerei irgendwo? Ja. Mir war so, als wenn wir... Ne, das ist ne Weberei, aber ich hab da auch irgendwo Kartoffeln. Das ist Kartoffelhof. Das ist ne Fischerei. Da. Also auch nie alles selber, ne? Warte mal, wir können ja, wir können ja, wir können ja, äh... Wir sind immer so kurz vor... Plus. Und dann gehen wir wieder ins Minus. Das ist total komisch. Was? Äh... Wird nichts. Boni? Übersicht, ja. Optimierung. Handelskammer. Hafenmeisterei. Kultur... Zum Module. Kostenlos verfügbar. Aber... Kann ich wohl noch nicht. Warum? Okay, das ist alles Einfluss. Ich hab gedacht, irgendwie kann ich hier noch an Geld kommen. Aber irgendwie wohl nicht. Irgendwie wohl nicht. Ist ja auch kein Gebäude, wo ich noch Geld rausschlagen kann. Kirche vielleicht? Ist auch irgendwo. Wie in den Einwohnern, blauen Keks, öffentliches Gebäude. Schön. Äh... Ja. Was ist hier mit der Wurst? Zum Schweine, aber nicht genug Wurst. Holz hab ich. Holz, ja. Holz. Und... Dings. Wir wollen einen Schnaps. Ja, was wollen die noch haben? Seife und Bier. Geht nicht. Ah, pro Seife. Was ist denn damit los? Vier Stück. Alter. Kann es auch ein bisschen mehr sein? Äh, gleich sehr für Pleite. Und denn? Haben wir denn verloren? Stimmt, ne? Wenn wir Pleite sind, drehen alle durch. Rasten alle übelst aus oder so. Durchschnitt plus 8. Schön. Hier noch was, was unnötig Geld kostet, weil wir ja so viel haben. Ein paar Bäume. Ach, Schule geht nicht, weil wir... Ja, alles klar. Äh, leck mich doch am Arsch. Ah ja, die Bäume wegmachen. Ich brauch... Ich brauch Stahl. Vielleicht hat ja irgendwer Weg. Ah. Ja, wir gehen jetzt pleite. Das heißt, das nächste Mal müssen wir einiges anders machen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Äh. Kriegen wir raus. Jeder hat ja mal angefangen, ne? Schauen wir mal, wie das nächste Mal wird. Also, würde ich sagen, bis denn dann. Wir schauen uns um, das nächste Mal, wie weit der geht. Und dann, würde es was werden. Hoffe ich. Oder auch nicht. Also, haut rein. Tschüss. Wir schauen uns um, das nächste Mal. Vielen Dank.